Jo Jo Freunde Herzlich Willkommen auf dem Kanal LPL hinter und danke fürs Einschalten zu einer neuen Folge Skywars auf dem Starcraft.de EU. Ich bin schon in der Lobby und ich fand dieses Startbild hier gerade so episch mit dem Feuer im Hintergrund. Das sah ziemlich nett aus. Hier springen auch noch ein paar andere rum und ich würde sagen wir gehen sofort in die Runde rein. So und ja ich habe jetzt erstmal einen kleinen Uploadplan gemacht. Wir spielen das Kit. Immer wieder Artisan. Das ist zurzeit so mit meinem Lieblings-Kid. Ich habe jetzt so eine Art Uploadplan gemacht. Das heißt es wird jetzt einmal pro Woche Es wird jetzt einmal pro Woche Skywars kommen und einmal pro Woche ein 530 Video und dann noch ein Random Video. Da werde ich mir dann überlegen was zum Beispiel der MLG Simulator. Das ist jetzt so ein Video was in die Kategorie Random Videos reinkommt und da werden jetzt erstmal drei Videos pro Woche kommen. Ich hoffe das klappt alles so und wenn sich verspätet gut dann kann ich auch nicht ändern weil ich ja zurzeit auch viel mit Schule zu tun habe und ich hoffe natürlich auch dass ihr das verstehen könnt aber ich denke jeder der so in meinem Alter ist weiß wie stressig das teilweise sein kann. Wenn dann alle Lehrer meinen gleichzeitig ihre Arbeiten schreiben zu müssen und die gefühlt das ganze Schuljahr haben um irgendwelche Arbeiten zu schreiben. Aber dann in den letzten zwei Wochen muss wirklich jedes Fach und jeder Lehrer noch mal eine Arbeit reindrücken oder eine LK, eine Unangekündigte. Ah cool, mich spammt gerade jemand auf Skype zu dem, wenn er mein Inventar abziehen will. Auch cool. Danke. Danke, danke. So. Jetzt sind wir schon als erstes in der Mitte. Na, komm her. Äh, okay. Ich sag mir, den Bonn ist jetzt erstmal hier hoch. So. Nein, 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 nein. Oh, sheesh, alter. Mal das Herz. Ich dachte, da wäre kein Wasser. Äh, keine Lava. Boah, man kann sich auch irren. Ich dachte echt, das wäre da. Weil ich die Web doch öfters... Du bist nett. oder ich hoffe wenn nicht mehr echt uncool ich glaube das ist mein bro jetzt müssen wir uns erst mal richtig ausrüsten lava einmal 1 2 3 was haben wir noch feuerresistenz ist gut den könnten runter kriegen ja ich glaube ja so mal kurz hier lang gucken ob wir noch jemand finden ein bisschen raus aus der mitte und ich sehe gerade in der render distance gar nicht so hoch eingestellt dass ich den spawn und so alles sehe ich bin dafür dass ich erstmal etwas feueres trinke einfach weil es zu heikles ist dass ich da rein falle wir haben noch zwei andere so die frage wo die sind sind von in die richtung gelaufen trickshot gut das war nix ich stehe mir ganz kurz die render distance höher aber die ist auf 4, wieso spiel ich auf 4 sagen wir 14 sind die beide ja teams sind so billig mann wundervitzt ist der teams in skybox das ist wie teams in single survival games ist einfach dumm kann ich denn verzaubern habe ich habe ich irgendwas was ich jetzt machen kann in der zeit weil ich werde auch garantiert nicht rüber gehen das ist nämlich das dummste was man macht in ein zweier team rein zu rennen der eine von denen ist weg wo ist hin der snekt sicher ne die sneken beide ach man leute kommt jetzt mach doch mal sowas ist echt uncool holz habe ich auch nicht genügend dass ich mich jetzt darüber bauen könnte ich könnte jetzt eigentlich anfangen mir ein haus zu bauen und schweine zu züchten hier so was zum beispiel das ist jetzt meine zucht kennt ihr und die wohnen jetzt hier das tue ich so als ob ich mit denen rede und sobald er dort ist schieße ich den so am rake ah verdammt verdammt wie lange habe ich eine feuerresistenz 18 sekunden so und jetzt hier ja enthält dass ich das füge erstes team erstes team haben wir gewonnen oh ich wurde eliminiert schade aber leute zwei teams sind echt uncool so das ist nicht cool in skywars man bräuchte eigentlich teams skywars und singleplayer skywars also wie bei survival games aber ich hoffe euch hat die runde gefallen auch wenn die jetzt nicht so krass spannend war und wenn die auch wirklich richtig über eine bewertung freuen und dann sehen wir uns eigentlich schon in der nächsten folge das sollte dann five nights and frede sein mal gucken ob man nicht den plan jetzt quasi in betrieb nehme und ob der sich überhaupt so hält ich weiß jetzt nicht wie es mit meinem unterricht jetzt so passt weil ich habe ja auch noch ags und so schuland und ja dann hoffe ich euch hat das gefallen und dann sehen wir uns im nächsten video und tschüss